So, wie gesagt, zweiter Start für diese Gruppe, jetzt von innen nach außen, Lukas Wienhage mit der Startnummer 125, daneben Romano Hummel mit der 666, Chris Harris, die 37 und der Catman außen. So, Startbahn geht nach oben und Stefan Katt von außen mit ganz, ganz, ganz viel Durchschnitt. So, jetzt kommt Romano Hummel versucht da außen, Stefan Katt zu kassieren, war da schon gleich auf, kommt aber nicht vorbei. Also Stefan ist eben auch sehr, sehr schnell, kommt jetzt ein bisschen nach außen und jetzt bin ich gespannt, aber Romano Hummel hat da mehr Speed. Also Romano Hummel, der Catman und Chris Harris, ja Lukas Wienhage scheiter Probleme zu haben. Und jetzt bin ich natürlich auch da auf die Geschwindigkeit bei.